Hallo, hier ist Naruto1986. Herzlich Willkommen zu Naruto Sheput Night Ninja Storm Revelations, zu Part 14. Und wir haben gerade Deteral in unsere Gruppe geholt und jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben und turrets zu, was die zu sagen haben. Das war es. Das war echt ein schwerer, hatter Kampf. Meine Güter, ey. Du bist viel besser, als ich erwähnte. Aber... Das ist die Ende von euch. Before you do anything, you should take a good look at yourself. Kenjutsu, since when? Right from the beginning. When you first saw Itachi Shininger, you were already a new year's Kenjutsu. I don't know, this is the set behindings. D 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 Oh Gott! Okay. Ach komm! Unendlich! Jetzt sind sie auch nicht alle zusammen! Der letzte Kandidat zu uns ist. Finally! Und? Orochimaru! There's a new religious group calling themselves the Way of Joshi. Well, I guess you could call them a cult. I received information that recently the group succeeded in a service. Oh, and what would this experiment be? Immortality. Immortality? The one who became immortal is called Hidan. He used to be a ninja of the Hidden Steam Village. We will bring Hidan in as our newest member. Orochimaru. Orochimaru. Kakuzu. And Zetsu. Your task is to bring him in. Understood. We will do it. Beware. All of you. From what I know of him. He will not be an easy one to convince. You're right. I'm Chris. Well, there's a couple of things on the floor. So cool. Fire-style! Sherry Migraine! Stimmt, der kommt ja auch noch dazu. Meine Güte, ey. Ah, das war's kurz. Looks like what our leaders said is through. Hey, you know, you guys are pretty good. Good to be sacrificed, that is. Tell me, have you given any thought to the author that we made you earlier, Hudao? Heh, I don't care one little bit about this Akatsuki thing of yours, because as long as I'm able to kill, I don't need anything else. I'm free! I kill as a follower of the way of Jashin. I continue to offer sacrifices to him, and I will forevermore continue to... Shut up. I didn't come all the way out here to hear some weird religious babbling. I came to see the power of an immortal. What? Hey, you! Did you just actually say weird? What's wrong with speaking the truth? Oh, man! You're seriously calling the way of Jashin weird, aren't you? It's a very great sin, I'm afraid. It can't be forgiven! No matter what. Hey, Jashin. Please watch as I crush this fool in a mere instant. He has a nice menacing berry. Interesting. Now, you unbeliever, it's time to die! Ugh. Ah, cool. Let's see what everything has in there. Aha. Let the battle begin! I'll beat you up and tear you apart! Hey, I'm scared! You scared? Come at me! Ich hab dich. Ich hab dich wieder. Komm her. Ich hab dich. Hab dich. Game over. Gewonnen. So. Ja, keep those attacks coming. You should enjoy myself. I don't know myself. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Tja. Ich hab dich. 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 Ich bin sicher, dass das nicht möglich ist. Warum nicht? Wenn du auf eine Rampage mit euch bist, wirst du für die 5-Greak-Nationen-Bounty und verlierst du all die Chance für den Weg. Und selbst wenn du nicht sterben, wenn du weg bist, wirst du nicht mehr geholfen zu deinem Lord Joshua geben. Aber wenn du mit der Akatsuki kannst du weitergehen, während du schaffst, und das bedeutet, dass du bereit bist, zu machen. Und einer unserer Mitglieder ist ein Pioneer in Immortality. Ich denke, du wirst viel, nicht wahr? A Pioneer? Und wer ist das? So, du bist auch, oder? Und jetzt, ich würde gerne, mir deine Antwort geben. So, was sollst du tun, Hidan? Ah! Ah! All right, I get it. I'll just join up. Well then, I guess we've got a deal. We welcome you to the group, Hidan. Welcome! Ah! Didn't expect something like this to happen. Well, always expect the unexpected, I guess. Let's see. Endlich! Vollständig! Endlich, ey! Ich will doch langsam Zeit! Itachi! Kisame! Sasori! Deidara! Kapufu! Hidan! Orochimaru! In Setsu! Each of you has your own agenda. And your own dreams. Deidara! We are finally coming this far. And now, at last. On the scale. Our target are all the tailed beasts. From the one tail to the nine tails. The opponents are strong. But we will gather all the tailed beasts. And bring the great ambition of the Akatsky to fruition. We ten shall accomplish this. We ten shall accomplish this. We ten shall accomplish this. Failure is not an option. Let's go. Okay, was is it now? The curtain opens on the Akatsky. Now, Project Tsuki no me. Beginn. Ah, okay. Was ist das jetzt endlich? Danke. Sie haben eine Trophäe verdient. Nach der Schöpfung. Na, also. Endlich. Fertig. Hey. Geschirr wurde hinzugefügt. Okay. Das war jetzt das. Und jetzt kommt die Weitere. die Weitere. Und dann hier haben wir das letzte. Und dann haben wir das letzte. Und dann los geht's. Und da bin ich jetzt auch erstmal still. Und die Weitere. Und dann darf ich so auch nicht. Und dann darf ich so auch nicht. Was ist los? Legt ihr jetzt los oder was? Oder kommt heute noch was? Hier komme ich! Hm. Cool, haben wir durch den ersten Kampf, geil? Mhm. Hm. Haben wir gleich den aller ersten Kampf damit. Find ich geil. Super geil. Okay. 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 Und hab ihn. Okay. 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 Okay.